Ja, herzlich willkommen zu Kaiso Mario 1, besser gesagt, es ist ein Replay, oder Let's Replay Kaiso Mario 1 auf meinem neuen Kanal. Ja, ich hatte einfach Lust wieder dazu, das zu spielen, aber richtig, und ja, das Problem liegt daran auch, ich weiß gar nicht, was ich aufnehmen soll, ich weiß, dass ich momentan auch Super Meatball noch habe, aber, naja, es ist nicht das Problem, dass es nicht, ich sag mal so, es gibt ein technisches Problem mit dem Spiel, weil es hat funktioniert, die ersten zwei Pads sind ja obgeloadet, ja, und dann, ab da an hat es nicht mehr funktioniert, ich versuch das, also, weil da irgendwo eine Datei kaputt ist, oder so, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall kommt eine Fehlermeldung, dann, ja, mal gucken, was Steam und so alles macht, ne, Das hier gibt's jetzt ein Replay von Kaiso Mario 1, und, ja. Ja, das ist Dinosaur Land, ja, wir kennen das alles, bla bla bla, Yoshi, 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 ich mach nicht so fertig hier, ja, hm, okay. Yoshi, 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 Yoshi genauso ja wenn man ja ja wenn man das nicht so erwartet jetzt danke nein hallo schax oder charlie das ist denn meine güte ist das jetzt schwerer geworden kann das sein meine güte stelle ich mich jetzt so ein auch gar nicht ohne eine probe hat ja komm ähm komm äh ich will jetzt low jump man darf da wirklich nur zu kurz antiken komm das war das doch das war das doch grad das war das doch grad das war doch das grad komm noch einmal komm noch einmal oh komm 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 gar nicht so schwierig hier rein komm das war das doch grad ja aber hier warten ha sogar ohne slowdowns bin ich gut zwei zwei genau genau komm warte ich eine runde dann ist es auch in Ordnung komm 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 wunderbar doch einer wunderbar und mit waypoint verkackt so geht's aber ja ha 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 nein 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 komm 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 mein wir Mario, es gibt keine Spaghetti über Pizza, ne? So verrückter Klempner. So verrückter Klempner. Ach komm, es ist so einfach. Und ich verhaue den. Ach komm. Oh! Wie ich das verhaue? Wie ich das verhaue? Meine Güte. Oh Gott. Oh, Mario. Mario. Mario? Danke. Wollen wir kurz verraten? Nee. Ach komm. Geh zu. Nein. Nein. Wollen wir mal warten? Müsste jetzt gehen. Ja, es müsste jetzt gehen. Es müsste jetzt gehen. Mario. Genau. Da war ein Coin-Block, da war auch noch einer, sage ich doch. Oh, diesen Coin-Blocks immer. Eh, diese Invisible Coin-Blocks, so, meine Güte, schwieriges Wort hier. Ja. Ja. Ho-Hoh, Skill-Samp. Oh-Hoh. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Mach mal bisschen Speed, ne? Speed up. So, yes. Yellow. Schwitzpahlerch. Yes. Das konnte ich mir noch merken. ich möchte hier rein danke dass ich bitte immer durch nein danke 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 komm komm diesen ein millimeter sprung da genau danke wunderbar da kommt her du und sage ich kenne ich doch noch ja noch dasselbe ich glaube ich so viel zeit habe ich nicht blempert das ist ein oder so sehen dass die vielen ja das kann ich noch auch noch dran erinnern nein nein das auch nicht genau so die reiße gehe hier noch weg dummer der fien kann ich einfach so rüber springen war das doch so man konnte einfach so rüber springen weiß ich weiß ich weiß ich jetzt ist auch das dritte mal dass ich dieses spiele ich stelle mich glaube ich ein bisschen besser an hoffe ich hat er fast geklappt meine güte ich war noch drauf gewesen schon ja danke hier war gibt es auch ein klein block in bittes mit fremd block ok muss ich noch nicht so ein bisschen erschienen das war gut gewesen genau ach die lustige stelle ja 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 hallo wo ich doch beinahe wenn er so richtig angefangen habe zu heulen ja ja gleich jetzt noch mal meine güte der gott mario das geist doch ich bin schon gemacht das kann doch jeder drei jährige das war das das ist das ist ja das ist noch nicht zum voll genau so wunderbar jetzt einfach drüber springen so drei levels geschafft okay zwei levels ein yellow schwitzig fertig ach das levy ja dann mache ich die nächste auf bis dahin